So, Dalle, hallo zusammen hier auf dem Kanal Rette Dein Geld heute zu einem Spontan-Video, nur mit mir, ohne Folien, weil es um ein extrem wichtiges Thema geht und es geht um ein Thema, was sich diese Woche abgespielt hat, wo ich glaube, dass es Auswirkungen haben wird auf den Kapitalmarkt, auf die Börse, auf dezentralisierte Exchanges und natürlich auch auf dem Kryptomarkt und darüber möchte ich euch berichten. Dieses Video hat rein gar nichts mit meinem Arbeitgeber und meinem beruflichen Umfeld zu tun, sondern ist reine Privatmeinung. Das möchte ich von Anfang an hier klarstellen und diese Woche sind einfach Dinge passiert, die Kraft haben, den Kapitalmarkt so wie wir ihn kennen und die Börse so wie wir sie kennen. Angebot, Nachfrage, Kaufen, Aktien, Verkaufen, Derivate komplett auf den Kopf zu stellen und zu verändern. Kurze Ausführung, was ist überhaupt passiert? Es gibt die Gruppe, die nennt sich Wall Street Bets. Das ist eine Reddit, eine Social-Media-Gruppe, eine Untergruppe von der Plattform Reddit, die seit 2012 Aktientipps austauschen und zwar Informationen für Kleinanleger und und und. Und die haben sich zusammengerottet und haben einmal nachgeschaut, welche Finanztitel aktuell sehr stark von Hedgefonds, sprich geschortet werden. Das heißt, was heißt shorten? Hedgefonds setzen sozusagen, machen Wetten auf fallende Kurse. Das ist primär nicht immer schlecht, wie das Beispiel Wirecard auch gezeigt hat. Das heißt, im Wirecard-Skandal waren ja die Hedgefonds im Vorfeld drauf und haben sozusagen die Berichte geglaubt, dass es hier etwas, dass hier etwas faul ist und haben auf fallende Kurse gewettet. Das heißt, sie tragen auch dementsprechend zur Marktbereinigung bei, aber sie nutzen natürlich alle legalen Schlupflöcher und sie haben extreme Macht. Macht im Sinne von Volumina, das sie einsetzen können, um ihre Kurserwartungen durchzudrücken. Und das haben sie auch vor allem in der Finanzkrise 2008, 2009 und davor unter Beweis gestellt. So, und jetzt geht diese Gruppe der Wallstreetbetter sozusagen her und sagt, wo sind aktuell die Hedgefonds, auf welchen Titel sind sie short? Und schauen sich dann an, wie viel sie short sind. Und da haben sie einen Titel herausgepickt. Sie haben jetzt mehrere von diesen Tipps, aber einer davon heißt GameStop. Wer ist GameStop? Das muss man auch kurz erklären. GameStop ist ein US-amerikanischer Spielehersteller, wo man Secondhand-Games von der Xbox, Playstation etc. Also das ist ein Offline-Laden mit 50.000 Mitarbeitern. In jeder US-Mall gibt es GameStop-Shops, wo man reingehen kann, gebrauchte, aber auch neue Computerspiele kaufen. Und viele von diesen Wallstreetbet-Menschen haben natürlich positive Erinnerungen. Das ist wie früher in dem Schallplattenladen, du bist reingegangen und haben das Ganze emotional auch aufgegriffen und haben gesagt, so, es gibt, die Firma ist bevor, das Ganze angefangen hat mit ca. 1,5 Milliarden an der Börse bewertet und es geht ihnen wirtschaftlich nicht gut. Klar, Lockdown hat natürlich das Geschäft fast zur Gänze zu erliegen gebracht. Die wirtschaftlichen Kennzahlen sind nicht gut und die wurden als Target, als Ziel von diesen Hedgefonds auserkoren und gesagt, okay, wir setzen hier auf fallende Kurse. Das Kuriose dabei ist, dass es von den ca. 50 Millionen im Free Flow, also quasi im freien Handel befindliche Aktien, hat der Short-Anteil von fast 62 Millionen Aktien. Das heißt, es wurden mehr Aktien geshortet, als überhaupt da sind. Wie gibt es sowas? Das ist auch ein so ein Missverständnis, was diese Short-Seller jetzt gemacht haben und wo die Wallstreetbets, die Menschen da hinten das auch aufzeigen wollen, dass hier eine extreme Schieflage auf den Kapitalmärkten stattfindet. So, und was ist passiert? Durch das Zusammenrotten von sehr, sehr vielen Kleinanlegern, Millionen von Kleinanlegern auf dieser Handy-App, vor allem von diesen Brokern wie Robin Hood, das in Amerika mit ca. 13 Millionen Usern sehr, sehr populär ist, weil man dort keine Tradinggebühren, sprich Servicegebühren zahlt etc. Aber there is no free lunch. Man zahlt mit seinen User-Daten. Und jetzt ist auch rausgekommen, dass Robin Hood die User-Daten verkauft hat, weil das eher ein Geschäftsmodell ist. So, und die Wallstreetbets-Typen haben sich zusammengeraht und haben gesagt, Leute, wir kaufen jetzt GameStop. Das heißt, Millionen von Kleinanlegern sind hergegangen und haben Step by Step, jeder für sich, der eine 500 US-Dollar, der andere nur 1000 US-Dollar, mit Kleinstbeträgen angefangen, die GameStop-Aktie zu kaufen. Und was passiert, wenn viele Anleger plötzlich in einem, ja, Umfeld, das sehr, sehr spannend ist, anfangen zu kaufen? Der Kurs ist gestiegen, 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 gestiegen. Zeitweise von diesen unter 100 US-Dollar, was er war, auf über 500 US-Dollar. Und was ist dann passiert? Dann ist ein Folgendes passiert, ein sogenannter Short Squeeze, nämlich diejenigen, die zuvor auf dem fallenden Kurs gewettet haben, haben ihre Wette auflösen müssen und gleichzeitig, um ihre Wette einzulösen, haben sie selbst teurer, die Aktie kaufen müssen. Das heißt, der Hedgefonds, der hier hauptsächlich dahinter gestanden ist, musste seine eigenen Wetten auflösen, musste eigenes Geld nachschießen und war de facto pleite, ruiniert. Der hat von zwei anderen Hedgefonds aufgefangen werden müssen, eine freundliche Übernahme unter Anführungszeichen, weil sonst wäre der illiquid gewesen. Das heißt, wir haben Folgendes erlebt. Das allererste Mal haben Kleinanleger die Finanzheuschrecke eines Hedgefonds zur Pleite gebracht und nicht umgekehrt. Wahnsinn, dass ich sowas überhaupt noch erleben darf, weil das hat sich vorher noch nie jemand ausdenken können, diese Geschichte. Und das Kurioso daran, von den 13 Millionen Robin Hood Tradern hatten mehr als die Hälfte, also wir reden hier von siebeneinhalb bis acht Millionen Kleinanleger, die GameStop Aktie in ihren Robin Hood Depot. Und die Aktie Robin Hood wurde von dem Stück her mehr gehandelt als Amazon, Facebook, Google, Apple zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Also ein unheimlich hohes Marktvolumen. So, und dann sind gewisse Ereignisse eingetreten. Die Short Seller mussten sozusagen bluten und die Kleinanleger haben in extrem kurzer Zeit einen extrem hohen Gewinn gemacht, wie es eigentlich normalerweise immer auf der anderen Seite war. Und was passiert dann? Die Robin Hood App sagt, es ist so viel Volatilität am Markt, wir müssen den Kleinanleger schützen und stoppen die Kauffunktion in ihrer App. Also man konnte sozusagen als Kleinanleger nur mehr verkaufen, aber nicht mehr kaufen. Und das haben viele andere Broker auch nachgezogen. Das heißt, es hat hier plötzlich einen Kaufstopp gegeben, einen technischen Kaufstopp, ohne dass die Börsenaufsicht oder irgendjemand gesagt hat, ihr dürft nicht mehr kaufen oder wir setzen die Aktie zum Handel aus. Nein, der Broker selbst hat von einer Sekunde, von einer Minute auf die andere gesagt, so, meine User dürfen nicht mehr kaufen. Und dann kommt jetzt das Kuriosum. Zwei Fonds haben den einen Fonds aufgefallen und eine Fonds heißt Citadel. Dieser Citadel-Fonds begleitet Robin Hood bei der geplanten IPO, also bei dem Börsegang dieser Broker-App. Ein Schelm, der hier Böses denkt. Und damit das Ja in dieselbe Richtung noch weitergeht, wie der Hedgefonds von Anfang an gewettet hat, nämlich auf fallende Kurse, unterbindet man sozusagen den billigen Mob einfach zu kaufen. Und man unterstellt den Millionen von Privatanlegern, dass sie sich abgesprochen haben und absichtlich Kurse manipuliert haben. Also eigentlich Vorgehensweise, die man sonst nur von diesen Finanzheuschrecken gewohnt ist. Und das ist halt eben dieser große Skandal. Und dann kommen noch Folgendes dazu. Auf Facebook, also Facebook hat es eine Wallstreetbets-Gruppe mit über 150.000 Gruppenmitglieder gegeben. Facebook hat die Gruppe geschlossen, weil sie angeblich gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen haben. Und Google hat sich auch nicht mit rumbekleckert. Google hat über 100.000 negative Rezensionen auf seiner Plattform für die Robinhood-App gelöscht einfach. Also das sind einfach Dinge jetzt ins Spiel gekommen. Das glaubt man ja gar nicht. Das heißt, Kleinanleger gewinnen gegen die Wallstreetbanks und werden dann von den großen Big-Tech-Medien sozusagen mundtot gemacht, ausgesperrt. Und der dritte Fall ist von den Medien auch noch verunglimpft, weil CNBC hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Die haben sich nämlich auf die Seite von den Hedgefonds gestellt und haben gesagt, das war eine konzentrierte Aktion und haben in sehr vielen Beiträgen die Hedgefondsindustrie verteidigt. Ja, warum wohl? Man braucht sich ja nur die Eigentümerverhältnisse des Fernsehsenders CNBC ansehen. So, vor dieser Situation stehen wir und die Wallstreetbets-Jungs geben nicht auf. Sie rotten sich weiter zusammen und sie prangern diese Vorgehensweise, dieses Short-Selling, das Leerverkaufen, ohne dass man die auf das Wetten, auf diesen fallenden Kurs an. Und sie wollen weiterhin mit ihren kleinen Zukäufen gegen diese Maßnahmen vorgehen. Und das finde ich extrem interessant. Und die nächste interessante Geschichte ist, dass City Research, die sozusagen bis dato immer ihre Short-Selling-Positionen reported, also quasi öffentlich gemacht haben, das muss man zum Teil auch an die Börsenaufsicht melden und und und, schon erklärt hat, sie werden das nicht mehr machen, sodass man ihnen sozusagen nicht mehr in die Karten sehen kann. Also es gehen gerade hier wirklich Mechanismen von statten. Das ist einfach ein Wahnsinn, ein Paradigmenwechsel. Die Vorgehensweise, die bis dato immer funktioniert hat bei der Großfinanz, bei diejenigen vom Big Money, wenn die ihre eigenen Regeln durchgezogen haben, werden ad absurdum geführt. Es wird quasi umgedreht, den Spieß wird umgedreht von Millionen von Kleinanleger, die einfach an einen Systemwechsel auch glauben und die werden das durchziehen. Da bin ich dafür. Und die ist jetzt die Frage, dürfen die Kleinanleger das überhaupt? Es gibt jetzt mehrere Sammelklagen, die schon eingebracht worden sind. Einmal eine Sammelklage der Kleinanleger gegen Robinhood und auf der anderen Seite hat Robinhood, also der Broker und auch die Hedgefonds schon Klagen angeblich eingereicht gegen die Kleinanleger, also vice versa. Und die SEC, die Börsenaufsicht, das haben sich auch schon unzählige Parlamentarier in den USA auf Seiten der Kleinanleger gestellt. Also das wird ein sehr interessantes Match. Und aus meiner Sicht, wenn so eine hohe Volatilität im Markt drin ist, hätte ja die Börsenaufsicht von sich aus diesen Titel aussetzen müssen. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, wo man stunden- oder tageweise einen Aktientitel von Handel aussetzen kann, um zu klären, ob es Insider-Informationen gibt und und und. Das wurde alles nicht gemacht. Das heißt, aus meiner Sicht hat die Behörde entweder richtig oder falsch gehandelt. Das wird sich jetzt herausstellen. Das ist auch eine sehr interessante Situation. Das geht weiter. Diese Wall Street Bets, die haben einfach jetzt Lunte gerochen und nehmen sich nicht nur GameStop vor, sondern auch andere Aktientitel, wie zum Beispiel eine Nokia oder jetzt auch den Rohstoff Silber. Und das ist extrem spannend zu sehen, weil auch Silber, Silber ist der Rohstoff mit den meisten Short-Zertifikaten drauf, ob es hier nicht vielleicht auch ihnen gelingen kann. Weil wenn Millionen daran glauben und Millionen nur kleinere Einsätze reinbringen, dann ist das trotzdem auch gewaltig, um so einen, wie gesagt, so einen Short-Squeeze-Wirklichkeit werden zu lassen. Und jetzt passieren weitere Dinge, die ich auch gerne benennen möchte. Erstens einmal, man kann diesen Wall Street Bets Jungs natürlich folgen auf Reddit, ja, aber es gibt schon viele Scammer, die sich quasi dieses Themas behelfen und unter dem Deckmantel Wall Street Bet Aktientipps weitergeben, die angeblich zukünftig sozusagen gehypt werden und und und. Bitte, geht es zum Schmied und nicht zum Schmiedl. Geht es zu der richtigen Quelle der Information und folgt einfach den Wall Street Bet Jungs und fahr jetzt nicht auf irgendeine Telegram-Gruppe oder sonst irgendetwas rein, wo irgendjemand behauptet, dass die Wall Street Bet, also quasi die Kleinanleger, diese nächste Aktie sozusagen machen. Auf jeden Fall, meine Privatmeinung weiterhin ist, und die möchte ich auch hiermit extrem kundtun, ist, was soll das? Ja, hallo, geht es euch noch gut? Zuerst lockt ihr alle Kleinanleger ein und ladet sie ein, mittels relativ einfacher App am Kapitalmarkt an der Börse teilzunehmen. Es werden irrsinnige Produkte angeboten, also nicht nur der Aktienkauf, sondern da geht es ja auch in den Derivatemarkt und und und, damit ja, viele Kleinanleger ihre Sparnisse auch in die Börse, in den Kapitalmarkt stecken, ja, und dann, weil es einmal nicht nach den Regeln der Großen läuft, wird abgedreht, ja, wird verklagt, hallo, geht es euch noch gut? Habt ihr Fieber 41 Grad oder wie schaut das aus? Ja, also da frage ich mich ja wirklich die Freiheit des Marktes, die Freiheit des Zugriffs, ja, das wird eine sehr interessante, spannende und vor allem juristische Sache werden, was da jetzt gerade in Amerika los sein wird. Und da frage ich mich, ja, als jemand, der mit 18 seine erste Aktie gekauft hat und immer kapitalmarktfreundlich und ich habe jetzt auch noch meine Aktien und und und, wo soll das noch hinführen? Und da bin ich froh, dass ich in einer Branche arbeite, Kryptobranche, bei der Blockchain-Branche, Bitcoin und Co., mit diesem Decentralized Finance, ja, wo ich vielleicht zukünftig über einen Smart Contract mir einfach meine tokenized Assets, meine Aktien, meine Anleihen oder sonst irgendetwas kaufen kann, ohne jetzt hier von irgendeinem Broker, ohne jetzt hier von irgendeiner Börse ausgesperrt zu werden, wo ich eigentlich dezentralisiert Zugriff auf meine Assets, auf den Kauf und den Verkauf habe. Das würde mich sehr freuen und man hat auch bemerkt, dass dieses ganze Decentralized Thema einen extrem großen Schub gerade bekommt, weil dieses Beschneiden durch die Big Techs, dieses Beschneiden durch die Broker, durch dieses Beschneiden, wenn es nicht in die richtige Richtung läuft, der Kleinanleger macht natürlich jetzt extreme Wellen und die Leute kommen jetzt schon langsam drauf, halt das, ich sollte vielleicht auch bei der Handhabung meines Brokers vielleicht einmal das Kleingedruckte ein bisschen lesen, vielleicht auch nicht so auf die Gebühren schauen, sondern vielleicht drauf schauen, habe ich weiterhin Zugang, werden meine Werte auch weiterhin für den Handel angenommen und und und. Das heißt, wir leben jetzt wirklich gerade an einem Paradigmenwechsel und deswegen ist diese Woche, Woche wirklich so extrem spannend gewesen, aus meiner Sicht. Und das weitere Spannende ist natürlich, wenn jetzt die Big Techs und die Medien und die Robin Hood und wie sie alle heißen, die Kleinen sozusagen aussperren, ja, was haben die Kleinen dann noch? Haben sie noch Alternativen? Wenn man sich an diesem Markt beteiligt, darf man sozusagen nur zu den Regeln mitspielen, die die Hochfinanz aufgestellt hat? Oder gibt es auch nicht irgendwo ein Asset oder eine Alternative, die mir gänzlich erlaubt, alternativ zu denken und zu handeln? Und da freut mich sehr besonders Elon Musk, obwohl ich ihn nicht immer gestreichelt habe, sondern sehr, sehr kritisch auch teilweise beurteilt habe in den letzten Monaten. Er hat gestern auf seinem Twitter-Profil alles gelöscht und hat sozusagen nur mehr das Wort Bitcoin hingeschrieben. Und das möchte ich euch auch mitgeben hier. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Wenn es eine Alternative gibt, die nicht angewiesen ist auf irgendeinen Broker, die nicht angewiesen ist auf irgendeine Zentralbank, die nicht angewiesen ist auf irgendetwas, sondern nur auf sich selbst, dann ist es Bitcoin. Und denkt da einmal bitte darüber nach, über diese Alternative. Man kann jetzt lachen, man kann alle, aber bitte denkt einmal über diese Situationen nach. Das ist so, so wichtig und das liegt mir so am Herzen, das auch weiterzugeben. Diese Alternative. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Mein Ausblick, und das möchte ich auch mitgeben. Ich möchte die Wallstreetbets unterstützen und ich werde versuchen, über meinen Online-Broker und über meine Hausbank, Depot etc. auch diese GameStop-Aktie, zumindest eine zu kaufen. Ganz einfach aus symbolischem Charakter. Das ist mir persönlich wichtig und das ist keine Finanzempfehlung von mir. No advice, aber ich darf das kommunizieren. Ich möchte versuchen, am Montag mir zumindest ein Stück dieser GameStop-Aktie zu kaufen. Und ja, wenn das schon Marktmanipulation ist, dass ich das hier als Privatperson kommuniziere, dass ich eine Aktie kaufe, dann werden wir erleben, dass alle Analysten, alle Analystenhäuser, jeder, der irgendwo auf Social Media, im Fernsehen etc. zu irgendeinem Aktientitel irgendetwas sagt, das möglicherweise nicht mehr tun darf oder möglicherweise beschränkt wird. Und ganz ehrlich, da möchte ich keines von diesen beiden Alternativen, sondern wenn ich eine Aktie kaufe, dann möchte ich das auch sagen dürfen, ohne Financial Advice, nämlich, und das soll auch weiterhin so bleiben, das nenne ich Meinungsfreiheit, das ist auch teilweise Pressefreiheit und daran bin ich gewöhnt und das möchte ich auch überhaupt nicht missen. Ich möchte auch in keinem Land leben, wo ich das missen muss und für mich eines der höchsten Güter. Das heißt, meine Meinung klar dargelegt, mich interessiert aber eure Meinung. Wie habt ihr diese Woche wahrgenommen? Was habt ihr wahrgenommen von anderen Medien? Wie kommt das Thema bei euch an? Seht ihr es ähnlich? Seht ihr es kontrovers? Ich freue mich auf unsere Diskussionen in den Kommentaren und ich wünsche euch noch alles Gute in diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Baba. 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 Baba.